Was geschah wirklich an jenem Tag in der vergangenen Woche, als die Entscheidung zugunsten des Tunnels in Wetzlar publik wurde? Frank und Frey kennt die ganze Wahrheit. 8 Uhr. Oberbürgermeister Manfred Wagner erhält einen Anruf aus dem hessischen Verkehrsministerium. Die Sprecherin teilt ihm mit, man halte den Beschluss der Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung für gut und nachvollziehbar. 8 Uhr 5. Der gut gelaunte Oberbürgermeister rennt aus seinem Büro und ruft laut durch den Gang. Geht doch! 8 Uhr 20. Das Magistratsbüro unterrichtet die beiden Bürgerinitiativen Pro- und Kontra-Tunnellösung sowie die Oppositionsparteien. 9 Uhr. Krisensitzung bei der Linkspartei. Ein älteres Mitglied weist darauf hin, dass man schon aus Rücksicht auf die Vorgängerpartei gegen jeden Tunnel in Ost-West-Richtung zu sein habe. 9 Uhr 12. Durch einen Übertragungsfehler glaubt die CDU, man wolle nicht nur die B49, sondern gleich auch ganz Niedergirmes tiefer legen. 9 Uhr 22. Hans-Jürgen Irmer ist begeistert von dem Gedanken, dass nun gleich mehrere Moscheen und Dönerbuden völlig aus dem Stadtbild verschwinden könnten. 10 Uhr 24. Die Grünen sind begeistert, dass gleich vier Autohäuser aus dem Stadtbild verschwinden könnten. 11 Uhr 4. Ein Praktikant entschuldigt sich für den Übermittlungsfehler mit dieser Tieferlegung von Girmes. Es liege daran, dass immer noch zu viele Kolleginnen und Kollegen diesen Stadtteil einfach grundsätzlich unterirdisch wenden. 10 Uhr 28. Im Gießener Rathaus knallen die Sektkorken. Denn durch die Tunnellösung könne man nun quasi ganz offiziell Wetzlar bedingungslos umfahren. 12 Uhr 3. Stadtrat Norbert Kortlüge klopft vorsichtig beim Oberbürgermeister an. Da sich nun zeige, dass sowohl Land als auch Bund verstärkt den Beschlüssen der Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung zu folgen gedenken, könne man doch noch mal ganz offiziell das Ende des Klimawandels, mehr Geld für die Kommunen sowie den Weltfrieden fordern. Originalton. Manfred, gib Gas! Wir haben gerade einen Lauf! 13 Uhr. Mittagspause. Es gibt ein neues Gericht in der Rathauskantine. Dahlheimer Röhrenschnitzel im grünen Salatrand mit saurem Beigeschmack. 14 Uhr. Altbürgermeister und Offizier AD Klaus Breitsprecher lässt bei der NATO anfragen, ob der geplante Tunnel breit genug sei, dass im Verteidigungsfall ein Leopard 2-Kampfpanzer zur Aufrechterhaltung der Ost-West-Verteidigungslinie hindurchfahren könne. 14 Uhr. 28. Mehrere Archäologen treten vor die Presse und weisen darauf hin, dass man nach dem Abriss der Hochstraße zunächst mal den dortigen Boden auf Fundstücke überprüfen wolle. Originalton. Wir graben so lange, bis wir nachweisen können, dass es nicht nur ein Nieder-, sondern auch ein Ober- und Mittelgirmes gegeben haben muss. 15 Uhr. 3. Die Käufer der neuen Wohnungen in der Bahnhofstraße können ihr Glück kaum fassen und überlegen, was sie mit den Erlösen durch die Wertsteigerung beim Wiederverkauf ihrer Wohnungen alles anfangen wollen. 15 Uhr. 8. Ferrari eröffnet ein Autohaus im Herkules-Center. 15 Uhr. 10. Die Marketingabteilung bei Helm entwirft eine neue Strategie für alle künftigen Wohnungen in der Bahnhofstraße. Wohnen wie in Rom mit Blick auf das Forum. 15 Uhr. 43. Erste Gerüchte über steigende Grundstückspreise in Gabenheim machen die Runde. Angeblich will jemand Martin Bender und Gerhard Helm mit einem Würfelbecher in der Hand in der Ortsmitte von Gabenheim gesichtet haben. 16.45 Uhr. Nur mit Mühe kann Oberbürgermeister Wagner den übereifrigen Grubenexperten Carsten Porrezak davon abhalten, für den geplanten Tunnel einen Antrag zu stellen, diesen unterirdisch direkt mit den Grubenanlagen Fortuna und Malapertus zu verbinden und eine zur Fahrbahn parallel verlaufende Feldbahntrasse im Tunnel errichten zu lassen. 17 Uhr. Die AfD sagt auch was. 18 Uhr. Alt-Oberbürgermeister Wolfram Dette öffnet zusammen mit Helmut Lattermann und anderen Vertretern der ehemaligen bürgerlichen Koalition eine gute Flasche Wein. Man sieht sich bestätigt, dass eben manche hässlichen Dinge von selbst verschwinden, wenn man nur lange genug abwartet. 19 Uhr. Feierabend. 20 Uhr. 20 Uhr. Vielen Dank.